Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Serie und zwar wer die alten Livestreams kennt der weiß dass ich ja das Rhein-Ruhr-Gebiet nachbaue und das natürlich auch hauptsächlich in den alten Streams dass das da passiert ist und ich habe mich jetzt dazu entschlossen mit euch eine kleine Serie zu beginnen da ich auch gefragt wurde ja wann geht denn hier Rhein-Ruhr wann geht denn hier Rhein-Ruhr weiter und dann habe ich gesagt ja da steht demnächst ein ja ein Projektchen an und das möchte ich jetzt sozusagen heute mit euch beginnen das ganze läuft als Schönbauprojekt und wir fangen heute damit an dass wir den Hauptbahnhof von Essen umbauen ganz einfach aus dem Grund weil ich den damals falsch gebaut habe das heißt ich habe den mit 320 Metern Bahnsteigen gebaut zudem hat mir die ganze Aufteilung nicht gefallen deshalb bauen wir das ganze heute um hier sehen wir den ganzen Hauptbahnhof Essen nochmal auf Open Railway Maps das ganze ist so in Transportfever nicht zu realisieren da wir hier Gleis 5 Gleis 9 ok jetzt sieht man es nicht mehr Gleis 5 Gleis 9 und Gleis 8 als Kopfgleise im Bahnhof haben Gleis 5 werde ich komplett weglassen weil das wird nicht benutzt Gleis 8 und Gleis 9 werde ich irgendwie provisorisch reinzimmern ich habe zu dem Projekt mein selbst umgebauten ADV mitgebracht einfach aus dem Grund dass ich hier meine Gleisaufteilung hinbekomme das war auch eines der wie soll ich sagen großen Probleme die ich hatte wo jetzt aber im Grunde nicht mehr wirklich besteht da ist gerade eine Heli draußen vorbeigeflogen wir werden den ganzen Bahnhof aus mehreren kleineren Bahnhöfen zusammenbauen kurz mal als Überblick das hier oben Gleis 1 Gleis 2 wird ein Bahnhof werden mit Gebäude damit wir ein Gebäude haben dann haben wir hier eine Zwischengleis des Gleis 3 dann verwenden wir meinen umgebauten ADV für Gleis 4 6 und 7 der bereits schon platziert ist wenn wir gleich in Transportfiefer sehen Gleis 9 und Gleis 8 das sind noch einer meiner Hauptprobleme entweder platziere ich die auch mit einem mit meinem umgebauten ADV oder ich setze da eine Spitzkehre rein so dass es aussieht dass der Zug an diesem Bahnsteig hält dann werden aber niemals Passagiere in diesen Zug einsteigen dann müssen wir schauen wie sich das ganze so verhält Gleis 10 11 12 kann man wieder mit dem mit einem ganz normalen Bahnhof machen und hier oben haben wir dann noch die die Kopfgleise 21 23 23 25 davon wird 23 nicht existieren und da werden wir einfach einen viergleisigen Kopfbahnhof reinsetzen so ich habe mir schon mal einen kleinen Überblick verschafft wo was hinfährt das heißt wir müssen auf jeden Fall Gleis 1 2 4 6 mit 400 Metern bestücken einfach aus dem Grund und da diese Gleise Fernverkehrsgleise sind und man einfach dadurch später mehr Möglichkeiten hat und dass da auch dann gewisse ICEs halten so dann können wir mal kurz schauen 4 und 6 ja wir werden 1 2 4 6 mit 400 Metern machen und die anderen so dass es natürlich passt sage ich mal so wir kommen zu Transport Fever so das sind wir dann auch schon im Spiel hier sehen wir noch ein paar Überreste von dem alten Essener Hauptbahnhof den ich hier gebaut hatte hier habe ich wie gesagt schon das ist jetzt Gleis 4 6 7 was ich hier gebaut habe und den Rest werde ich gleich noch mit euch abreisen und ich werde euch oder ich werde das ganze hier mit euch in Begleitung bauen dazu werde ich aber nochmal höchstwahrscheinlich diesen Bahnhof hier umsetzen und zwar gefällt mir das ganze noch nicht so und zwar werde ich den wahrscheinlich irgendwie dann so reinsetzen also mehr in diese Richtung so damit hätten wir Gleis 4 6 7 und würden dann daraus schließend mal kurz ich gucke mir ganz kurz an was so die Geschwindigkeiten hier im Bahnhof sind 100 okay das ist eine schnelle Einfahrt aber wir haben hier tatsächlich Einfahrt eine Einfahrt mit 100 ja von beiden Seiten Einfahrt 100 so das heißt wir ziehen mal kurz unser Gleis 3 und setzen dann dort oben naja dort oben müsste ich dann einen normalen ADV hin platzieren auch mit 400 Metern das dann ich übernehme das jetzt einfach mal kurz so zwei Gleise so das ganze wäre dann etwa so das heißt wir ich setze hier kurz ein Gleischen hin dann hätten wir hier Bahnsteig 1 2 3 ist nicht befahren 4 5 gibt es nicht 6 7 so nun müssen wir uns was überlegen wie wir wie wir Gleis 8 und 9 machen denn wie gesagt diese Gleise enden hier als Kopfgleis dazu würde ich ganz schlicht gesagt einfach hier ein Gleis ziehen das dann irgendwo hier in der Mitte endet und dass er einmal hier angeschlossen wird und naja gut eigentlich beides mal dort angeschlossen wird das eine ist dann wie gesagt ja gut das eine ist dann ja Kompromisse muss man eingehen sag ich mal denn hier kommt unser Kopfgleis hin mit mit der RE 14 und RE 14 nein stimmt gar nicht äh Moment da geht nämlich hin RE doch 14 genau da fahren dreiteilige Flirts im Grunde diese hier die 60 Meter lang sind also bräuchten wir hier etwa einen Bahnsteig mit 120 Metern das wäre das wäre das wäre etwa diese Länge hier und da bin ich wie gesagt noch am überlegen ob ich einfach sage okay ich platziere jetzt äh ich platziere jetzt hier ein wie gesagt so ein Stumpfgleis oder ich ähm ich bastel mir da selber etwas zusammen das kann ich daraus nur nicht so wirklich schlussfolgern wie ich äh wie ich das machen werde man könnte es natürlich auch noch sagen dass wir das ganze noch ein bisschen ähm dass wir das noch ein bisschen krasser machen indem wir einfach sagen okay wir setzen jetzt hier zwei Gleise hin zack ähm und äh setzen dann hier einfach einen eingleisigen 240 Meter Bahnsteig hier rein na der im Grunde hier vorne dann ähm der dann hier vorne beendet oder endet nicht beendet also man hat da schon mit dem selbst umgebauten Bahnhof hat man dann deutlich mehr Möglichkeiten muss ich sagen und wenn man jetzt hier noch sagt okay ich nehme jetzt ähm Gleis 7 das benutzt wird für äh für 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 die S-Bahn ähm die S-Bahn ist ja da maximal maximal zweiteilig also könnte man auch sagen wir haben einen 200 Meter Bahnsteig und ähm wenn wir den jetzt hier sozusagen hier einkürzen ja dann hat man auch hier noch die Möglichkeit diese Weiche hier einzubauen also es gibt schon viele Möglichkeiten äh wie man hier diesen ganzen Bahnhof realisieren kann oh dann könnten wir hier noch diesen ähm den Drellbock hinsetzen ja also es ist es ist im Grunde vieles möglich na ich könnte jetzt hier noch sagen okay ich kürze jetzt hier ein und sag dann halt ähm ja bitte mach meinen Bahnsteig äh haben wir ja eh nur 140 Meter aber wir können ja trotzdem sagen okay wir nehmen mal einfach 200 einfach aus dem Grund weil es dann vielleicht schöner aussieht ja kann man ja einfach sagen und wenn man jetzt hier ähm dann sein Gleis 9 oder 8 noch hin bastelt ja man kann das äh man kann das im Grunde dann auch wieder also wird das so machen okay ich platziere hier nochmal einen Bahnsteig ja also ich sag okay sag so das ist mein Bahnsteig und äh alles weitere ähm ist ja dann auch wieder einleuchtend also da hat man dann doch schon sehr viele Möglichkeiten ähm jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick bekommen wie das ganze realisiert werden soll wenn ihr das ganze auch als äh Video sehen möchtet wie das ganze Vorfeld rings um den Bahnhof herum entsteht vor allem auch wie dann äh der Bahnhof dann schlussendlich dann aussieht dann würde mich freuen wenn ihr eure Meinung teilen würdet in den Kommentaren oder äh mit einem Daumen nach oben dann weiß ich da Bescheid dass ihr das äh sehen möchtet und dann würde ich mich äh auf jeden Fall äh freuen wenn wir uns hier bei diesem Projekt das nächste Mal wiedersehen und äh bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag noch und macht's gut bis dann wie zum Beispiel